Herzlich Willkommen bei Firma Hinterleitner Metallbau. Unser Familienbetrieb wurde im Juli 2009 gegründet. Mittlerweile werden in unserem Unternehmen drei Facharbeiter und ab Juli 2012 ein Lehrling beschäftigt. Um den Beruf der Metallbautechnik erlernen zu können, sollte man einige Grundvoraussetzungen mitbringen. Unter anderem ein gutes Vorstellungsvermögen, ein handwerkliches Geschick und gute mathematische Grundkenntnisse. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung. BR 2018 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 Sind Sie neugierig geworden, diesen Beruf und unser Unternehmen besser kennenzulernen? Dann kommen Sie einfach vorbei oder besuchen unsere Homepage unter www.hinterleitner-metallbau.at Wir freuen uns!